Textbuch, Ein Kurs in Wundern, Kreuthuf Verlag, Kapitel 22, Die Erlösung und die heilige Beziehung, Einleitung, Seite 468 bis 469. Hab Mitleid mit dir selbst, der du so lange Sklave warst. Freu dich, dass die, die Gott verbunden hat, zusammengekommen sind und nun nicht mehr getrennt auf die Sünde schauen müssen. Zwei können nie gemeinsam auf die Sünde schauen, denn sie könnten sie niemals am selben Ort zur selben Zeit erblicken. Die Sünde ist eine strikt individuelle Wahrnehmung, die im Anderen gesehen wird, doch glaubt jeder, dass sie in ihm ist. Jeder scheint einen anderen Fehler zu begehen, und zwar einen, den der Anderen nicht verstehen kann. Bruder, es ist derselbe. Er wird von demselben begangen und für den, der ihn begeht, auf dieselbe Art vergeben. Die Heiligkeit eurer Beziehung vergibt dir wie auch deinem Bruder und hebt die Wirkung dessen auf, was ihr beide geglaubt sowie gesehen habt. Und mit deren Vergehen ist das Bedürfnis nach der Sünde gleichzeitig vergangen. Wer braucht die Sünde? Nur die, die einsam und allein sind und ihre Brüder anders sehen als sich selbst. Gerade dieser Unterschied, der zwar gesehen wird, aber nicht wirklich ist, lässt das Bedürfnis nach der Sünde, das nicht wirklich ist, aber gesehen wird, gerechtfertigt erscheinen. Das alles wäre wirklich, wenn die Sünde es wäre. Denn eine unheilige Beziehung fußt auf Unterschieden, bei denen jeder denkt, der Andere habe das, was er nicht hat. Sie kommen zusammen, jeder, um sich selber zu vervollständigen und den Anderen zu bestehlen. Sie bleiben so lange, bis sie denken, es gebe nun nichts mehr zu stehlen. Und dann ziehen sie weiter. So wandern sie durch eine Welt von Fremden, die anders sind als sie. Leben vielleicht mit ihren Körpern unter einem gemeinsamen Dach, das weder einen noch den Anderen schützt. Im selben Raum und doch in einer Welt für sich. Eine heilige Beziehung geht von einer anderen Voraussetzung aus. Jeder hat nach innen geschaut und keinen Mangel dort gesehen. Da er seine Vollständigkeit annimmt, möchte er sie ausdehnen, indem er sich mit einem Anderen verbindet, der ganz ist, wie er selbst. Zwischen diesen Selbsten sieht er keinen Unterschied, denn Unterschiede sind nur vom Körper. Deshalb schaut er auch auf nichts, was er nehmen möchte. Er verleugnet seine eigene Wirklichkeit nicht, weil sie die Wahrheit ist. Er steht gerade unterhalb des Himmels, aber nahe genug, um nicht zur Erde zurückzukehren. Denn diese Beziehung hat die Heiligkeit des Himmels. Wie weit von zu Hause weg kann eine Beziehung sein, die so dem Himmel gleicht? Bedenke nur, was eine heilige Beziehung lehren kann. Hier wird die Überzeugung aufgehoben, dass es Unterschiede gibt. Hier wird der Glaube an Unterschiede zur Gleichheit verschoben. Hier wird die Sicht von Unterschieden in die Schau verwandelt. Und die Vernunft kann dich und deinen Bruder nun zur logischen Schlussfolgerung eurer Vereinigung führen. Sie muss sich ausdehnen, wie auch du dich ausgedehnt hast, als du dich mit ihm verbandest. Sie muss über sich selbst hinausgehen, so wie du über den Körper hinausgegangen bist, um dich mit deinem Bruder verbinden zu lassen. Nun dient die Gleichheit, die du sahst, sich aus und beseitigt endlich jedes Gefühl von Unterschieden, sodass die Gleichheit, die hinter ihnen allen liegt, zutage tritt. Hier ist der goldene Kreis, in dem du den Sohn Gottes wiedererkennst. Denn was in eine heilige Beziehung hineingeboren wird, kann niemals enden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.